hallo zusammen heute schauen wir uns mal den bissel multi clean spot and stain an das wirklich ganz besonderer waschsauger der sich ideal als als zweckwaffe eignet um somit den flecken her zu werden also wirklich ein tolles geht auch zu dem sehr fairen preis mit einem sehr großen lieferumfang und wir gehen heute mal drei nach durch werde es mal die technischen daten dazu anschauen wer hat mal die bewertungen durch geht und zum schluss mal kurz die vorteile euch auflisten natürlich wird dies noch in der video beschreibung verlinken also schaut mal rein klickt mal auf den link drauf und da kommt ihr direkt zu diesem produkt damit ich sagen starten direkt durch und schauen uns die immer ganz genau im detail uns an da würde ich sagen muss dir mal kurz direkt an es ist ein sehr kompaktes gerät der beinahe überall platz findet man kann ganz einfach hier befüllen da kommt das reinigungsmittel rein und da kann man schon direkt durchstarten und loslegen um die flecken hier zu beseitigen er ist besonders gut für zum beispiel hier so eine fußmatte für das auto geeignet man sprüht es einfach mal kurz davor ein lass kurz einwirken und dann kann man es hier praktisch dann absaugen und den schmutz dann damit rausholen auch hier auf so einem auto sieht es wirklich perfekt mit diesem kleinen aufsatz damit kann man wirklich sämtliche schmutzpartikel dann entfernen und auch sonst macht dieser waschsauger wirklich einen sehr guten eindruck insbesondere die kompakte größe ist natürlich hier wirklich ein pluspunkt damit ich sagen guck muss die mal direkt hier auf der produktseite uns noch mal an den link gibt es unten in der video beschreibung schaut mal rein klickt dort mal auf den link drauf und da kommt direkt auf diese seite preislich kann er sich auch hier wirklich sehen lassen kostet nur 122 euro was wirklich ein sehr günstiger preis ist und jetzt würde ich sagen gehen mal kurz die weiteren technischen daten durch also kann man schon sehen hier die abmessung des gewicht aber auch die leistung da noch ein paar schöne abbildung vom gerät an sich ist wie gesagt sehr kompakt sehr leicht aber dennoch hier sehr leistungsstark als ideal um den überall anzuwenden auch im auto oder auf holsterbezügen jetzt gehen wir noch kurz zum schluss auf die bewertungen ein und die fallen ebenfalls wirklich sehr gut aus wir haben hier wirklich ein tolles gerät ein super waschsauger der seines gleichen sucht gehen jetzt zum schluss noch mal kurz die wichtigsten vorteile zu diesem waschsauger im detail durch und die sehen wie folgt ausgaben so haben hier ein mehrflächenreiniger mit 330 watt motor als er sehr leistungsstark er lässt sich leicht befüllen er ist auch sehr kompakt und der preis ist auch hier wirklich sehr gut und fair das soll es nur gewesen sein vielen dank fürs zuschauen den link zu diesem waschsauger gibt es in der video beschreibung schaut mal rein klickt mal drauf und dann kommt ihr direkt zu diesem produkt dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.